Hallo, hallo, hier in der Medienstadt Babelsberg. Ich bin heute mal draußen unterwegs und bei diesem wunderbaren Wetter treffe ich mich auf ein Bier mit dem großen Kinokin Knut Elstermann. Er ist Moderator und absoluter Filmexperte von Radio 1 und begleitet Seesüchte schon seit vielen Jahren. Und deswegen freue ich mich sehr, mit ihm bei einem Bierchen ein wenig zu plaudern. So, jetzt müssen wir erstmal hier. Magst du aufmachen? Ja. Du kannst bestimmt besser, oder? Naja, doch. Also notfalls auch mit den Szenen, wenn es sein muss. Wie wirklich? Das habe ich schon mal jemanden gefragt. Der konnte das doch nicht. Aber so ist besser, auf jeden Fall. Ja, dann zum Wohl. Einladung. Hast du dir jetzt auch gut verdient? Du hast gerade zwei Stunden Filmmagazin moderiert. Insofern ist das jetzt eine gute Pause. Da waren ja sogar auch Silja und Hannes bei dir gerade. Und haben sie es geschafft, dich neugierig zu machen aufs Festival? Ja, unbedingt. Also ich finde das sowieso immer klasse, dass dieses Festival eben von Studierenden gemacht wird. Und also Leute, die damit verbunden sind, keine Professoren auf ihr mitmischen. Und dadurch sind die in jedem Jahr eigentlich immer super engagiert, haben eine riesen Freude daran, ihr Programm vorzustellen. Und ich finde, die beiden haben es so extrem gut gemacht. Also auch in einer guten Dosierung so Filme vorzustellen, das Gesamtprogramm. Und vor allem, was wir als Journalisten immer lieben, so eine Linie zu ziehen. Weil es ist immer gut zu sagen, dies ist das Jahr der Filme, wo junge Leute über die alten Leute nachdenken. Es ist dann manchmal etwas global, aber wir brauchen das. Bei 90 Filmen, du brauchst einen roten Faden und das haben sie toll gemacht. Ja, das ist schön zu hören. Hast du denn, also wir haben ja Filme auch drin, wie Love Stakes, die wirklich schon auf anderen Filmfestivals gelaufen sind. Anderswo, was gerade beim Jüdischen Filmfestival den Publikumspreis gewonnen hat. Wir haben Nebellied auch schon bei der Berlinale, anderswo auch. Also wir haben auch ganz tolle Spielfilme drin, also nicht nur Dokumentarfilme. Kannst du einen davon vielleicht empfehlen? Also die genannten sind alle großartig. Also anderswo ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme, lief ja auch auf der Berlinale, auch in einer deutschen Reihe. Das ist so herzerfrischend zu sehen, wie diese junge israelische Regisseurin, also Esther Amrami, mit diesem Thema umgeht, was für die Deutschen so heilig ist, also Heimat. Das ist auch ein Begriff, hat sie mir auch erzählt, der in Zybräisch überhaupt nicht zu übersetzen ist. Auch in anderen Sprachen übrigens nicht. Und sie hat da so eine Ironie und einen Witz, auch so diese deutsch-jüdisch-israelischen Irritationen. Das ist ja auch eine Familiengeschichte, ich glaube auch ein bisschen autobiografisch. Sie hat inzwischen auch ein Kind bekommen von einem Deutschen, dem Drehbuchautor dieses Films wiederum. Also da steckt so viel Persönliches drin und es ist mit einem großen Witz gemacht, einer großen Heiterkeit. Also ich liebe die Film, eure Love Sticks ist auch toll. Also es sind wirklich wunderbare Talente und schön, dass die Filme hier auch laufen, dass du die wirklich sehen kannst. Ja, auf alle Fälle. Ich habe mal versucht nachzurechnen, ich glaube du bist schon seit 17 Jahren, jetzt machst du das Filmmagazin. Ist so, ja. Ich glaube, wenn ich mich nicht verrechnet habe, sag mal seit wann kennst du denn Seesüchte? Weil ich glaube, du bist einer, der das wirklich am längsten so mitbeobachtet und begleitet. Wirklich von Anfang an, also seitdem es die Sendung gibt, waren eigentlich immer Leute da in jedem Jahr. Und wir sind ja auch Medienpartner. Also ich habe mit Seesüchte wirklich sehr viel zu tun und es gab es ja auch schon so DDR-Zeiten. Also es hieß natürlich noch anders, aber es war immer schon ein studentisches Festival, auch mit einer internationalen Bedeutung. Und ich finde das eben klasse, dass das so lange jetzt existiert und dass da eben auch immer eine neue Generation kommt, die mit dem Festival so verbunden ist. Es ist natürlich klasse, dass das eben Medienwissenschaftler sind, das ist auch Teil der Ausbildung sozusagen, was sie machen. Hast du Veränderungen feststellen können über die Generation oder ist es für dich immer irgendwie auch dieser Charakter genau geblieben? Also ich denke, der Grundcharakter, der ist geblieben, es ändern sich natürlich wahnsinnig die Produktionsbedingungen. Also die Möglichkeiten mit digitaler Aufnahmetechnik Filme zu machen, die eben schnell sind, die schnell reagieren können. Ich habe sogar den Eindruck, dass das eine Tendenz auch der letzten Jahre ist, eben auch wirklich ein sehr eingreifendes, sehr aktuelles Kino zu machen, Filme zu machen, die wirklich direkt mit Wirklichkeit zu tun haben. Es gab auch schon Jahre, da war es glaube ich etwas versponnen, was ja auch okay ist. Warum nicht? Also etwas künstlerischer, artifizieller, so im Blick und dann eben auch ein experimenteller vielleicht. Aber mir gefällt es natürlich gut, dass Leute so eine Chance nutzen. Da sind wir auch schon beim Spielfilm, ich meine, was hat Love Stakes gekostet? Wahrscheinlich gar nichts, aber das ist 500 Euro gewesen sein. Man kann einfach schnell an einer Filmförderung vorbei, heutzutage auch Filme machen, die gut aussehen, die Spaß machen und die sehr individuell sind. Ich finde das auch immer wichtig, dass auch beim Festival wirklich Filme laufen, die jetzt nicht alle nur Kunstfilme sind. Ich glaube, es gibt auch viele Leute, die vor Festivals so ein bisschen Respekt haben und immer denken, oh Gott, dann kommt da nur so anspruchsvoller Kram. Das wollen wir ja nicht unbedingt. Wir wollen ja wirklich alle auch erreichen. Und ist ja genau, ich weiß nicht, wenn du sagst Festival, was ist für dich das Besondere an Festivals? Oder warum gehst du auch gerne auf Festivals? Na, ein Festival ist ja erstmal immer ein Ausnahmezustand. Also man ist ja wirklich kettendrückt auf dem eigenen Alltag und öffnet keine Briefe und beantwortet erstmal keine Mails, weil man wirklich zu tun hat, viel zu gucken. Gerade bei Vainade ist es ja so, es ist ja vollkommen asozial, wenn man sich da verhält. Und Festivals sind natürlich absolut in die Leistungsschau. Also so intensiv, wie du da Filme siehst, siehst du sie im Jahr eben nicht. Man ist manchmal auch ungerecht. Festivals haben auch einen großen Nachteil, finde ich. Weil warum vergleiche ich eigentlich am Morgen den koreanischen Film mit dem spanischen am Abend und sage, naja, heute Morgen war eigentlich besser oder so, wenn man es dann überhaupt noch weiß, was man am Morgen gesehen hat. Also man stellt Beziehungen her, die vielleicht ganz willkürlich sind. Weil es eben das Festival ist. Und wenn ich es schaffe und ich weiß, viele Kollegen machen das auch, sehe ich Filme nach dem Festival dann durchaus nochmal, wenn man ins Kino kommt und dann hat man eine größere Gerechtigkeit. Aber natürlich das geballte Filmangebot, auch die Gesprächsmöglichkeiten mit den Machern, Macherinnen, wann sieht man die schon mal. Das ist schon toll. Also Festivals sind schon wichtig. Ja, wir haben, ich glaube, mittlerweile fast 80 Prozent der Filmemacher, die wirklich da sind vor Ort und dann auch ihren Film präsentieren und danach zum Gespräch da sind. Das finde ich immer immer so schön. Und das ist ja auch genau das, du hast wahrscheinlich noch besser den Einblick so, Filmfestival ist ja nicht immer nur Filme laufen lassen, sondern auch ganz viel, was im Hintergrund passiert. Das hat ja eine große Bedeutung auch für die Filmemacher, ne? Also es hat eine Bedeutung sicherlich auch hier, aber in Cannes zum Beispiel noch viel mehr logischerweise, also als Markt, als Möglichkeit eben mit Produzenten ins Gespräch zu kommen, Sachen zu pitchen, auch schon Verträge zu machen. In Cannes zum Beispiel ist das ja auch so, da hast du oben eben den großen Palais, wo die Filme laufen. Und im Keller, das finde ich immer sehr, sehr symbolisch, da ist eben der riesige Filmmarkt über mehrere Etagen, wo also alles voller Stände ist und wo die großen Geschäfte gemacht werden, die sich um das, was da oben passiert, nicht groß scheren. Das ist ja vielleicht egal, was da Wettbewerb läuft. Cannes ist ein Riesenmarkt, Berlin inzwischen ja auch immer mehr und auch hier hat man ja die Chance, bei Seelsüchte eben mit Fernsehredakteuren ins Gespräch zu kommen, mit Produzenten. Das ist ein ganz wichtiger Bereich, wobei der für mich nur wiederum als Journalist unwichtig ist. Also da bekomme ich gar nicht so wahnsinnig viel mit. Ich habe mit dem fertigen Produkt zu tun. Klar. Ja, aber wir versuchen das ja auch immer mehr und haben jetzt auch so Projektpitche und Speed-Dating-Aktionen, genau. Und klar, und die Eröffnung ist immer toll, weil da auch eben viele unserer ganzen Sponsoren und Hildienpartner kommen. Ich weiß nicht, hast du... Zum Beispiel. Zum Beispiel. Hast du Zeit vielleicht oder du bist wahrscheinlich über die Feiertage weg? Ich bin da, aber richtige Zeit habe ich nicht. Aber irgendwie, also zwei, drei Blöcke versuche ich mir immer irgendwie anzusehen, dass man da ein bisschen was mitbekommt. Voll schön. Na, dann sehen wir uns vielleicht beim Festival. Und ja, die Eröffnung ist am 30. am Mittwoch schon und das ist halt öffentlich und ja, vielleicht... Eintritt frei. Eintritt frei, genau. Vielleicht hast du ja doch noch Zeit. Ich freue mich auf alle Fälle. Danke, dass du hier warst. Schönen Dank dir. Und bis bald. Ich freue mich auf alle Fälle.